Ein bisschen rum. Immer wenn ich so leicht nach unten gucke, nachdem ich, ähm, gelaufen bin ne Weile, dann wackel ich erstmal so hoch und runter ne ganze Weile, oder ist das von der Map? So ein leichtes, leichtes Wackeln im Boden ist. Ich hab keine Ahnung, was du meinst. Ja, wenn man ein bisschen läuft und dann stehen bleibt ruhig, dann wackelt mein Bild immer so ein klein wenig hoch und runter. Hm. Bei mir nicht. Also, weil ich mein... Nee, bei mir auch nicht. Sobald ich mein, ähm, Cursor dann bewege, gehts wieder, aber wenn ich erstmal gehe und dann stehen bleibe, dann bugt das. Hm. Das wird noch nie vorher passiert, deswegen wundert mich das so krass. Uns auch, uns auch. Ja ne, man regt's mich dazu noch auf, das ist ja... I'm ready. Ich geh mal auf nördlich. Ich geh auf die Rhinos, die in dem Fall östlich sind. Wieder mal. Gehen Italien wollen wir ziehen. Mit unserem Heer. Wir wollen mit unserem Heer gegen Italien ziehen, das ist gut zu wissen. Ja. Zwei Borte, nicht eins. Ich weiß, aber du hast das extra so ausgedrückt. Nein. Doch, hast du rum? Weil die Karriere im Süden liegt. Klar, hast du das so ausgedrückt. Doch mach ich denen keinen Schaden auf einmal. Oh, du triffst. Ich treff. Ich schwör, ich treff. Ja, ich lügte auch noch. Jetzt dann. Ich dachte eigentlich, weil ein Ping dann zu greifen ist. Geil. Jetzt auf einmal treff ich, ey. Nein, ist schon wieder null. Direkt ins Auge und null Punkte. Ja, ich weiß. Aber ich kann dem eh keinen Schaden machen mit meiner momentan Ausrüstung. Ja, okay, ich triff. Ja, du kannst nicht Brandschaden machen. Nein, 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 nein. Aber auch nur Brandschaden. Was hat Hagen gesagt, hast du mal verstanden? Perfect Aim. Bei mir hat er Perfect Aim gesagt. Okay. Bei mir war da ein bisschen was mehr. Ich müsste das mal lauter stellen bei Zeit. Das Wichtigste ist, je nachdem wo man umdreht, kann man sogar hier noch eine weitere Reihe nach außen fahren. Dann können die hier lang laufen oder laufen die hier lang und dann ist alles happy. Happy Flappy. In Chunk Happy. Ja, genau da. Ja. Genau. Genau. Ich geh auf die vier großen Köppel, sag ich jetzt schon. Baut doch erstmal den Fokus und Raketenturm. Fokus haben wir schon. Ja. Raketenturm auch. Auch noch mehr. Okay. Oder haben wir doch irgendwelche wertvollen Türme, die wir noch nicht erfahren haben. Fokus und Raketenturm. Nicht so seltenvoller als Fokus und Raketenturm. Raketenturm hat ziemlich wenig Schaden immer. Ja, aber er ist geil. Er hat aber weniger Schaden gemacht als die Gatling und die Gatling ist grottenschlecht. Das lag wahrscheinlich daran, dass das diese Rhinos sind und so. Und die... Was war da noch? Vor allem genau die... Wackelköpfe. Die Wackelköpfe kriegen davon ja gar keinen Schaden. Die Gatling macht den Wackelköpfen ja Schaden, weil die relativ hoch schießt. Gehen? So, viele viele Spämmer. Soll ich noch einen Fokus setzen oder... Ja, dann brauche ich noch Geld. Mhm... Sortens. G AIR So. Ja, aber den Platz ist schon feucht. Und das schon auf Fälle 7, also das ist gar nicht mal so schlecht. Markus, ich hab schon den Platz für mich reserviert, hab ich gesagt. Das ist mein Platz. Also hier in den Süden. Ich geh erst rein. Let's go! Wui! Na ja, du bist mir selten. Ich hab schon deinen blöden Materialien da angepallert. Wolltest du unbedingt da hin? Wolltest du unbedingt da hin? Ja stimmt Deswegen lässt du mich wieder hin Ne? Mhm Dann mach drüben die ganzen großen Köpfe Ist mir auch egal Mangel doch Ja, ich mach jetzt die Scheiße Mach die Archen Weil die irgendjemand nicht durchgehen lassen Zu mir, anstatt zum Kern Tja, jetzt wisst du mal wo In der Komplitäten gehen In Nirvana? Irgendwo, ich hab dahinter? Hey, in dir Also in dir drinnen, ne? Eben Ah, du bist doch nicht Nirvana Du machst doch eigentlich nicht mit Musik War das ein Kompliment oder einfach nur eine Herstellung? Hast du nicht, wenn du willst Die Damagezone ist echt nicht so gut Die Damagezone ist echt nicht so gut Ja Ja Geht von Ich glaub ich darf nicht zu nah am Kern Okay Kann eigentlich gut so im nahen Kern sein Ja, okay Die laufen nur über zwei Zeitlimit, 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 Leute Okay Die laufen nur über drei Seiten Das ist nicht gut Ich mein Unserem Strich Könnten wir das Ganze mal ganz weiter weg verschieben Das was bringt Was machst du jetzt? Das Ganze nach außen verschieben Wir haben Zeitlimit, ne? Ja Dann lass es halt sein Haupt Haben wir alles abgegradiert komplett? Ja, ne? Hier haben wir nicht Der Fokus hier nicht Macht aber halt nicht an Der Fokus noch Der Fokus hat noch 90 Punkte zu kriegen Simon Ja, ja Der Fokus Rein Stress Ich hab die schweren Kampfläufer Ähhh Ja, ich hab's nicht gesehen Geh einfach mal wieder Westlich Ich seh mich nicht Du bist Westlich glaub ich grad Kommt zuALION-Fädchen Kommt zuALION-Fädchen Aber da können die kleinen Läufe auch mal in Ruherlaufen Dann geh ich nicht auf die Großen weg, ich hab die Kleinen, auch egal. Wenn die mir jetzt folgen wollen, dann brauche ich den Weg halt. Und wer klar waren, jetzt? Ich bin recht. Die jetzt nach dem Schlaf daten ich hier weg, dann kann ich mich auf die Läden nicht weiter bürgen. Richtig, ich habe einen Schaden von der Träfte. Das ist ein das auch. Die schaden von der Träfte ist halt auch. Diese Raketen, wirklich. So, jetzt kannst du umbauen. Gut. Ich weiß nicht mehr, wie dein Plan umzubauen ist, aber... Ich versteh ihn auch nicht. Ja, wir sind es im Kern, hat man ja gesagt. Also müssen wir hinlegen, wir müssen was verlängern zum Kern. Das ist bei zehn Fliegeviechern auch scheißegal. Ja, aber nicht bei vielen von allen anderen. Nee. Doch. Ich wollte dir nur mehr Arbeit geben. Zu gut, ich hab mich fast gelangweilt. Wenn du diese komische Idee hast, da den ganzen Sachen auseinanderzunehmen... Ich kann es da bauen. WTF? Verstehst du es? Nee. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht genau, wer von denen immer Watch and Learn sagt, aber... Ich glaube, es ist das Hegen, der das immer sagt, oder? Watch and Learn. Ah, das ist dein Plan. Das war der Gedankenplan, den ich ursprünglich hatte. Ja, also. Und mir sagen der da komisch. Ja, weil das doch nicht passt. Dir fehlt ein Block. Wo fehlt ein Block? Du kannst hier nicht hinsetzen. Ganz um uns eine weiter rein und so passt es nicht. Also so finde ich es echt meh. Vorher hatten die ganzen Türme zum Eintritt zum Kern gelangt und jetzt nicht mehr alle. Und auch der Weg hier sitzt Kürze oben. Vorher hat es eine Menge machen können. Ich sehe hier kein Problem. Der Gedankengang, das war eigentlich, dass man den Weg jetzt theoretisch so längs runterfällt wieder. Genau. Was eben einfacher geht. Ja. Wenn man das so macht, dann hat man einen Block mehr. Dann kann man die eben noch hier und den ganzen Weg hier lang leiten. Hier auch noch, theoretisch. Bis hier hin. Hier ist dann der Ausgang. Gut, so viele Türme werden aber nicht mehr bekommen. Ja, aber theoretisch kann man das machen hier. Ich rede nur von der Theorie. Markus müssen wir seine beiden letzten Türme da noch anbringen irgendwo. Weil wir in der Theorie den Fokus hier auch wegnehmen können, habe ich hier im Block mehr. Den Fokus dann hier hinstellen. Einen von den beiden. Hast du den Fokus einfach geklaut? Nein, habe ich nicht. Der steht noch da. Also welchen Fokus meinst du? Den da. Den hier. Wo soll der dann hin? Wo war denn... Nein, können wir nicht... Doch, können wir ja. Der soll dann hier hin. Auf dem Block. Oder auf den daneben. Der stand doch da. Ja. Ey, jetzt steht aber hier aus dem welchen Grund. Ich habe zwei Vogt, die hier stehen gehabt. Richtig. Da war einer, hier war der andere. Ja. Den habe ich da nicht weggenommen. Nee, aber ich gerade. Weil ich dachte, den wolltest du da weg haben. Ähm... Ich bin auf einmal umgehüpft. Ja, das war der da. Den die abgebaut haben. Ich... Nein. Doch, war es. Das war der hier. Ziemlich sicher. Ebenso. Im Moment hätte, dass ich ursprünglich diesen hier meinte. Wo willst du den dann hin haben? Ja. An einem von den anderen Blöcken. Können wir den Block hier rausnehmen. Immer wieder ein Meer. Ja. Aber wir haben einen. Den auch mal wegnehmen. Jo. Der rückt schon. Wenn wir das machen, können wir auch hier... Was für das jetzt hier. Achso. Umstrukturierung. Gut. Platz-Effizienz. Ja, ja. Doch. Nicht nur das, einfach Gauss-Effizienz. Das auch. Der Blitzturm kann da eigentlich auch noch. Umstrukturiert werden. Aber ich weiß nicht, ob das was bringt. Der Blitzturm an der Stelle ist irgendwie... ... ziemlich... ... okay. Nicht nur total. Jo. Könnte man da vielleicht einsetzen. Wohin? Da. Da. Da, wo vorher mal ein Block war. Ja. Ja. Jetzt hab ich zu dem Block gegeben. Aber. Dahin meine ich. Ja. Dann... ... fehlt uns ja wieder einer. Den können wir ja von unten holen. Ey, wenigstens. Das wurde auch nicht. Weißt du, Marcus. Ich hab den gerade da wieder ausgebaut, damit ich... ... damit ich ja den Platz hab. Und dann sagst du, nö, der kommt doch wieder hin. Anstatt mir einfach zuzugucken. Wenn ich das mache und zu sagen, wir brauchen den Block noch. Ne? Ich bin nicht allwissend. Ich kann nicht 50.000 Sachen gleichzeitig machen. Obwohl, du könntest zuhören. Das tue ich auch. Also, dieses scheiß Zittern von dem Bildschirm geht mir auch um. Ja. Ist das nicht so wie mit deiner vergliften Kanone? Oder findest du ähnlich? Nein, das ist einfach nur ein Zittern, was ich bisher noch nie hatte im Bild. Das regt mich auf. Wir könnten Amp und Senkturm auch nicht tauschen. Ja, mit Obertaten. Sopran. So. Leute. Amp und... äh... Feuerlight tauschen. Sonst kriegt der Bildschirm auch noch was mit. Der braucht kein Feuerlight. Doch. Der braucht Range. Nein, braucht einen nicht. Die würde eh nicht ausreichen, weil die Gegner ja nicht drum rumlaufen werden. Eben. Die Range wie sie jetzt ist, reicht locker aus. Ja, aber dann hätten wir mehr. Das bringt uns aber nicht, Schatz. Natürlich. Blitztum greift früher an und hört später auf. Was total egal ist, weil die Blitze eh fortpflanzen und die Gegner relativ dicht laufen. Ja. Aus dem jetzt so ein riesen Umstrukturieren machen mit Bewegung von über 2000 Punkten. Das ist eine Weile. Quatsch. Ist jetzt hier so gut. Kein Quatsch. War das noch Punkte, Markus, oder? Ne. Geil. Nicht egal. Das ist hier alles in die Arme rein und so. Ja, ich dachte ihr wollt nicht... Umstrukturieren. Ja, aber irgendwie... Umstrukturieren kann doch trotzdem alles. Kein Umstrukturieren. Kein Umstrukturieren kann auch lernen. Ja, dass er umstrukturieren kann auch. Wollt auch nicht. Was dauert es hinbekommen? Nicht umbauen, sondern ranieren. Ne, egal wie man hier. Surfen die Gegner so ein bisschen, ne? Das ist die Gewiese der Flüchtlinge. Das war nur hier. Ja. Ja, oh. Das ist ja nicht hart. Das ist aber echt cool, wie man wirklich gezielt Aggro ziehen kann, wenn man will. Mhm. Ich mein, ich find's weniger cool, wie ich grad nach und nach 36 von diesen ähm... kleinen Läufern um mich rumcircle, aber das ist egal. Ja. Ja. Weil ich mein, die machen mir keinen Schaden und ich mach denen Schaden. Also soll's mir recht sein. Reicht's dir. Wir brauchen nur Zeit. Und die... Mist geblasst mir weg. Komm. Ach, was wir getan haben. Ja. Wir sehen wie lange ich noch nichts getan hab. Ach, da vorne. Okay, dann. Okay. Klar mach ich. Ja, egal. Ich brauch die letzten Treffer. Ich bin eh schon lange nicht mehr MVP. Ja, das bin ich mittlerweile die ganze Zeit. Und so. Den letzten Treffer hatte ich. Ja, der letzten Treffer von der Gauss. Da kam ich nichts für. Das war der Gauss, das sah für mich aus wie so ein Bolzen, aber okay. Boss. Wir haben einen Boss. Wir haben einen Boss? Haben wir nicht. Doch da. Den Schläger-Typ natürlich. Ja, ich... Ja, mit dem kommen wir aber klar. Müsst ihr euch halt mal alles am Rücken machen. Wir haben keine Punkte bekommen, glaub ich. Doch. Oder hab ich meinen... Ja, ich hab meinen schon gewusstet. Okay. Kann ich an Markus? Nee, Markus hat seine Punkte ja auch noch. Die von das erste Mal. Das ist das Scheiße, das hier an dem Spiel muss aufhören, das geht mir so auf den Sack. Sache ist ganz dreist. Ja. Tut raus da was. Mhm. Vielen Dank.